Die Europäische Menschenrechtskonvention. Politisch und medial aktuell wieder heiß diskutiert, war sie diese Woche auch Thema im Verfassungsausschuss. Worum es hierbei genau geht, das besprechen wir heute mit dem Rechtsexperten Dr. Michael Geistlinger und unserer Verfassungssprecherin Susanne Fürst. Lieber Herr Dr. Geistlinger, vielleicht gleich einmal zu Beginn, damit unsere Zuseher überhaupt wissen, worüber wir da jetzt genau reden. Was ist die Europäische Menschenrechtskonvention? Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag, in dem eine ganze Reihe von Menschenrechten garantiert werden. Die Staaten, das meint man mit einem völkerrechtlichen Vertrag, die Partner dieses Vertrages sind, garantieren sich gegenseitig, dass sie sich an diese Rechte halten wollen. Also dieser Vertrag ist besonders wichtig, weil er einen Gerichtshof einsetzt, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der die Staaten dann im Grunde verurteilen kann, wenn sie in dem einen oder anderen Fall eines dieser Rechte oder mehrere dieser Rechte verletzt haben. Das Besondere an der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, dass sie zugleich nicht nur ein völkerrechtlicher Vertrag ist, sondern auch österreichisches Verfassungsrecht ist. Im Grunde einen Grundrechtskatalog ersetzt, den man innerstaatlich nicht zustande gebracht hat. Liebe Susanne, die Europäische Menschenrechtskonvention war auch Thema im Verfassungsausschuss in dieser Woche. Kannst du uns kurz erklären, worum ging es da genau und vor allem, was ist hier die Forderung der FPÖ? Ja, die Freiheitliche Partei hat letzte Woche im Menschenrechtsausschuss und heute auch wieder im Verfassungsausschuss die EMRK thematisiert. Ich glaube, das ist mehr als notwendig und dringend angesichts der schrecklichen Vorfälle der letzten Woche. Du weißt, wir haben ausführlich darüber berichtet, auch die traurigen Vergewaltigungen in Wien. Drei junge Frauen, die hier Opfer wurden von grausamen Vergewaltigungen, dringend tatverdächtig, jeweils Asylwerber oder hier aufhältige Syrer oder Afghanen. Besonders heftig ist auch, dass hier beteiligt waren minderjährige Syrer, die aufgepasst haben. Jetzt sind gerade wieder zwei Fälle in Wien von Vergewaltigungsversuchen. Und ich glaube, auch der gestrige Vorfall in Deutschland nahe Ulm, wo ein 14-jähriges Mädchen umgekommen ist durch Messerstiche von einem dringend tatverdächtigen Asylwerber aus Eritrea, sollte uns jetzt wirklich Zeichen genug sein, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Und daher haben wir in den Ausschüssen Druck gemacht. Und ich kann es nicht verstehen, dass die Regierungsparteien, aber auch nicht die SPÖ oder die NEOS, die ja auch sonst immer für Frauenrechte angeblich eintreten, hier nicht dringenden Handlungsbedarf sehen. Sie tun es aber nicht. Herr Dr. Geislinger, wo sehen Sie die Schwachstellen oder die Problemfelder in der EMRK? Ja, das Beispiel mit diesen tragischen Vorfällen, die Frau Abgeordnete Fürst gerade geschildert hat, ist ja, dass hier durch die Rechtsprechung der Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine Sperre für die Staaten eingebaut worden ist, indem der Gerichtshof eben Abschiebungen oder Zurückschiebungen unter dem Prätext oder unter dem Deckmantel des Verbots der Folter und des Rechts auf Familie im Grunde unmöglich macht. Und das, indem man diese Rechte, man nennt das unter Juristen, Juristinnen, dynamisch interpretiert. Das heißt, der Wortlaut ist meilenweit entfernt von dem, wie das Gericht sie tatsächlich diesen Wortlaut handhabt und versteht. Also zum Beispiel, nur ein Beispiel von Artikel 3, Folter ist verboten, so steht es mehr oder weniger in dem Artikel. Der Gerichtshof sagt, die Zustände in Griechenland sind für Asylwerber so schlecht, dass ein Staat, zum Beispiel Österreich, der einen entsprechenden Asylwerber nach Griechenland zurückschickt, selbst foltert. Und das ist diese Diskrepanz, die sich hier ergibt. Und daher muss man sagen, ist es wirklich unverständlich, dass nicht an diesem Dokument gearbeitet wird und der freiheitliche Antrag entsprechend von den anderen Parteien nicht voll unterstützt worden ist. Denn wann, wenn solche Vorfälle passieren, soll man das machen? Man sieht also, hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Liebe Susanne, vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, wie haben sich die anderen Parteien in den Ausschüssen verhalten? Die ÖVP fährt ja hier auch wieder ihren üblichen Zickzack-Kurs, aber wie haben sich hier die anderen Parteien, vor allem auch die Grünen, verhalten? Also von den anderen Oppositionsparteien, SPÖ und NEOS, hört man hier gar nichts Substantielles dazu. Die tun sich offensichtlich äußerst schwer mit diesem Thema und gehen hier jeder eindeutigen Meinungsäußerung aus dem Weg. Die Grünen bestreiten das Problem schlichtweg. Da fallen so Aussagen in den Ausschuss wie, man kann schon die Problematik gar nicht erkennen und alles, was man weiß bei den Vergewaltigungen in Wien zum Beispiel, sei, dass hier junge Männer die Täter offensichtlich gewesen seien, Herkunft unbekannt. Die wollen das sozusagen spielen über die allgemeine Männergewalt. Und auch heute hat ein grüner Vertreter gemeint, dass wir, die Freiheitliche Partei, doch nicht offenbar hier die Unabhängigkeit der Justiz und der Gerichte angreifen wolle. Das heißt, es wird hier schon wieder versucht, wenn man die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angreift und das muss man aber, dass man hier quasi auf die Justiz, auf die Unabhängige losgeht. Das heißt, das sind nun einmal die Grünen, das wissen wir, die diese Problematik schlichtweg leugnen. Aber die ÖVP ist ja mit dieser Partei in Koalition und sie spuckt selber eigentlich große Töne, sagt hier, ja, das muss angegangen werden, das Asylsystem funktioniert nicht. Wir haben hier diverse Aussagen, auch schon vom Bundeskanzler Nehammer, Innenminister Kahner, Klubobmann Wöginger, Susanne Raab und so weiter. Doch wenn man dann sie wirklich zur Rede stellt in den Ausschüssen, dann merkt man, das sind nur hohle Worte. Unsere Anträge sind sowohl im Menschenrechtsausschuss als auch heute im Verfassungsausschuss vertagt worden. Es ist jetzt offensichtlich noch nicht die Zeit, überhaupt darüber zu reden. Und man äußert sich auch gar nicht. Das heißt, man macht nur in Interviews so Häppchen für die Bevölkerung und die Wähler zur Beruhigung, dass man ohnehin was machen würde. Aber in Wahrheit macht man gar nichts. Und das ist in diesem Fall wirklich mehr als verantwortungsvoll und für mich völlig unverständlich. Herzlichen Dank, liebe Susanne, lieber Herr Dr. Geislinger für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Sie.